okay hier ist das safe house und ja gut im bahnhof ist eine kommstation ich finde safe house sieht aber ganz nett aus da gehen wir jetzt mal hin wir laufen hier mit dem stillgelegten wasserfall hoch so das ist das safe house wir laufen einen großen bogen hier ist windig jemand ist im safe house jemand ist drin so fast er sich verzogen jetzt müsste er nur noch den safe öffnen das wäre gut das hat ja nicht gut funktioniert ich habe echt überlegt ist er das sitzt er da aber ja okay jetzt denke ich ist hier noch jemand ich glaube nicht wir machen wir jetzt hier so hier ist doch noch jemand aber nicht drin oder ich hoffe nicht drin das ist ja krass wenn jemand noch hier drin wäre nein nein hundertprozentig draußen frag mich wo ist Das war's für heute. Ich hör nix, keine Steps, nix. Doch jetzt. Alter! Was war das denn für'n Schuss, Alter? Boah, der hat so richtig viel getan. Er hat meinen Zuschauern gerumst und richtig viel getan, oder? Rums! Junge, Junge! Hier sollten wir nicht sitzen bleiben. Ey! Das ist krass gewesen. Wo ist der... Wo ist der Schatz? Da oben? Okay. Boah, ist auch der Detektor. Okay. Stör... Störturm ist kaputt gegangen. Aber der hat hier echt mir gute Dienste geleistet. So, der müsste doch jetzt langsam mal aufklacken. Heute dreht er sich besonders lange gefühlt. Wenn man drauf wartet, dann dauert's ewig. Okay. Okay. Gut. Ja, dann wollen wir mal... Ich glaube, dann wollen wir mal zum großen Sender, also zum Detektor gehen. Der wäre hier. Sicherheits-Ping. Jemand ist direkt hinterm Detektor. Oh, ist auch ein Erdo auf der Map unterwegs. Jemand ist hinterm Detektor. Vorsicht! Direkt da irgendwo zwischen. Irgendwo liegt auch ein Airdrop jetzt gerade. Hier, mitten auf dem... Auf dem Ski wollte ich schon... Auf dem gefrorenen See, wo man normalerweise Schlittschuh läuft. Wie heißt das nochmal? Auf dem Schlittschuhbereich. Was laber ich? Was laber ich? Ihr wisst, was ich meine. Auf dem zugefrorenen See liegt der Airdrop. Irgendjemand hat da denjenigen, der den getragen hat, gekillt. Ja, ich sehe hier nichts. Schade, ich dachte, hier wäre vielleicht jetzt irgendwie jemand direkt. Okay, wollen wir... Wollen wir das abchecken lieber? Manchmal denke ich, ich höre was, aber ich glaube, das ist wirklich nur der Wind dann. Container ist da oben, Schatz dahin. Ich versuche den Schatz noch zu bergen. Ich hoffe, der ist noch da. Ich kann aber die Wege nicht so gut abschätzen. Wie weit bin ich jetzt schon gelaufen? Fast da. Okay, er muss jetzt hier über dem Weg einmal rüber laufen und dann muss er da zwischen den Bäumen irgendwo liegen. Okay, hier ist der Schatz. Eine Bedrohung ist auf der Map. Oh, oh, oh. Okay, wir nehmen den Kram mit. Lass mich ganz kurz überlegen. So. Betrogen ist hier ganz hinten, okay. Tja. Oh, jemand hat den Airdrop hier. Oha. Beide Airdrops, also beide Airdroppe lagen da auf der Mitte. Krass, jetzt kommt hier noch jemand gleich vorbei mit dem Airdrop. Wir müssen gar nichts machen, oder? Ah, er geht hier lang. Ja, würde ich aber auch, weil hier ist zu. Ja, er geht da links rüber. Dann gehen wir hier raus. Sicher ist sicher, obwohl wir können eigentlich jetzt noch versuchen. Die Ablenkung ist hier. Wenn der noch zu ist. Oh, die Gier. Die Gier ist groß, aber okay. Also, wenn wir jetzt rausgehen würden, wir hätten eine nice Runde gespielt. Aber dass der Container hier ums Eck liegt. Das kann ich nicht ignorieren. Bedrohung wird jetzt 100% natürlich dahin jagen, wo der Airdrop hinrennt. Das ist weit weg von mir. Alles gut. Die sind am ganz anderen Exit, das ist wunderbar. Chancen, dass hier überhaupt noch jemand ist, sind sehr gering. Wir haben sogar noch einen Störer. Wir können sogar noch mal... Wir können ihn hier aufstellen. Ist er denn offen? Ne, ne? Ach, herrlich. Dann machen wir jetzt leise auf, dann ahnt Bedrohung das nicht. Und wenn Bedrohung noch einen Ping hat, dann bin ich am Störradius. Super. Ja, perfekt. Das Hut holen wir uns auch noch. Geil. Gutes Bauchgefühl, also gut drauf gehört, hierher zu kommen. Das Tape nehmen wir noch mit. Ach, wir haben ja das Tape schon. Ja, okay. Aber die können wir noch austauschen. Die ist wertvoller. Ja. Signalstörer, dein Signaldetektor blockiert. Perfekt. 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 Wunderbar. Hier ist auch gleich mein Exit. Haha, schön. Ich meine, er hätte es eh nicht mehr geschafft, hierher zu kommen. Ähm, da nehmen wir noch das mit. Oder das. Das. Ach ja, die Munition brauchen wir auch nicht mehr. Können wir auch noch das mitnehmen und das. Okay, cool. Ciao. Das war ja wohl vernünftig gelöst hier jetzt am Ende noch. Wir haben beide Loot-Events und den Schatz. Nur der Airdrop leider heute nicht. Der muss jetzt leider liegen bleiben. Obwohl da noch einer auf der Map liegt, aber mit einem Iod werden wir das hätten wir es niemals geschafft. Moin in den Live-Chat. Das haben wir doch gut gelöst. Schöne Runde auf Viktorsen Bahnhof. Auf jeden Fall. Da ist einiges mitgekommen an Komponenten auf jeden Fall. Na ja, und der Airdrop, der musste diesmal liegen bleiben, aber nicht so schlimm. Es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.